Zehn die Eins, Yo! Kamera läuft! Rum! Was soll ich denn machen? Ich hab mich nur hingesetzt, um mich auszuholen. Micha, was ist geschehen? Die Kastanien, sie fallen herunter, es sind zu viele. Die Kastanien, sie fallen herunter, es sind zu viele. Halt die Schnauze, du verkackter Bengel! Weg mit dir, alte Schlampe! Also rausgehend. Die Kastanien, sie fallen herunter. Sofort, ich bin wieder im Modus. Gib mal eine Sekunde noch. Ich fühl noch so einen leichten Anzug von Rumhaus. Sofort. Ist gut. Die Kastanien, sie fallen herunter. Es sind zu viele. Oh mein Gott. Entschuldigung. Hier ein Würstchen für dich. Vom Grill. Ich will. Ja. Ich will den mal angucken, ne? Bisschen tiefer das Mikro. Okay. Ist das scary oder was? Oh Mann. Scheiße, ich schaff das nicht. Hier ein Würstchen. Bäm! Bäm! Okay, sorry. Ja, ich hab mich erschreckt. Bäm! Jetzt! Du Depp, Alter. Das war so klar. Aber wenn Sie diese Spiele digital kaufen, können Sie die nicht nur auf Ihrer Xbox, sondern auch auf Ihrem Windows-C-PC. Auf Ihrem Windows-C-PC. Windows-10-PC mit Windows-C. Windows-10-PC. Und das hier auch? Oh yeah! Wahnsinn. Ja. Bitte hinterlasst einen Kommentar und schreibt einen Kommentar. Gut, und dann kommt jetzt die Verabschiedung. So, ihr... Ja. Ja, denn ursprünglich gehörte das Spiel mal EA Square Enix! Also ließ man IO Interactive den Entwickler ziehen. Freundlicherweise mit der Hitler... Hitler-Lizenz! Die Hitler-Lizenz! Videospiel-Umsetzung zu The Walking Dead... Dead... Zombies! Nochmal! Wir hätten nur noch dieses Scheiß-Schalter-Rätsel lösen müssen! Dann hätten wir's geschafft! Nee, wir hätten nur noch den Knopf drücken müssen! Den Knopf drücken müssen! Dann hätten wir's geschafft! Das können ja hinter den großen Zischen! So, was macht denn das? Ach so ja, ehm... Entschuldigung, ich hab dich nachdrückt auf. Schon der belgische Kaiser Forst Gamp, die irgiesische Außenminister Forst Gamp, schon der aztekische Premierminister, schon der nubische Verteidigungsminister, schon der isländische Wüstenfuchs Forst Gamp, schon der nordfriesische Klippenspringer Forst Gamp, schon der marokkanische Ölfabrikant Forst Gamp, schon die sibirische Tennisspielerin Forst Gamp sagte ... Gut, es ... Mach weiter, mach weiter, ist gut. Lass noch nicht. Was denn? kann man klappen machen? Damn! *** *** *** *** *** *** *** *** 1 die 1 contagious ... ... ... Es ja schrecklich, oh nein... Ich mache das, hallo? *** habe ich aus einem getroppten� Eck 수가 gelooten? Ist es das bei dem Hund? Ja, mann Na, mein Kleines Regengesicht, Was ist mit dir denn los?" Was los ist? Der Stadt. Leviathan Raid Night Everwurst. 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 Aus dem Everwurst. Glanz. Hallo Lara, hast du richtig Bock oder was? Kann ich... Bitte. Die beste Antwort ever. Moin Moin und Hallo. Was soll ich dir Rätselkacke? Du willst mich mal verarschen, Sophia. Jetzt kommt dein Spiel. Du hast nicht mal die Akalypse da. Nun noch eine erfreuliche Nachricht. Ja, erfreuliche Nachricht. Und nun noch eine erfreuliche Nachricht. Nachricht. Und nun noch eine erfreuliche Meldung. Nun noch eine erfreuliche Botschaft. Der seit einigen... Es gibt sehr viele Synonyme für dieses Wort. Der seit einigen Wochen vermisste Michael Krogmann ist wieder aufgetaucht und richtet sich in einer Videonachricht an seine Zuschauer. Was wollt ihr? Die Gewohnheit. Der hat sich wieder eingesprichen. Die Nachricht. Das Gerät hat sich hier. Ich glaub nicht mehr um. Au. Jetzt finden wir das ganz kurz beim Zinke-Revangel. Das ist gut. Es ist auch so klar, dass das einfach passieren wird. Elf die dritte. Vor deinem Gesicht, Elf B, die erste? Elf C, die erste. Das kann kein B. Oh, das klappt. Es passt gleich. Mach doch mal. Ich hab' da gelacht. Ich hab' da gelacht. Permadeath und Prozedural-Generate-Levels. Das mag gleich nochmal. Permadeath und Prozedural-Generate-Levels. Das muss drin sein. In einem Rogue, wenn nur eins davon nicht... Da war ich zu schnell. Permadeath und Prozedural-Generate-Levels. Permadeath und Prozedural-Generate-Levels. Ich hab' ihm so die Hand gegeben. Hey Digas, der kommt wieder. Was ich von der Jugend von heute halte? Nicht. Sie sind scheiße. Ich wette, du schaffst nicht, 10 Zäune kaputt zu fahren. Und... Oh, ja! Mir ist aber nicht egal. Das ist ein... Los, Dunnerschock! Kleine Dinge werfen große Schatten voraus. Das wird... Ultragroß. Oh Gott, okay. Und die... Ja! Mein neues Handy. Und die ganze Familie kann mitspielen. Ah, meine Halle! To the power of friendship! Vielleicht könnt ihr nochmal... Der lässt nicht... Ja, gehen wir ein, welchen Minderer man eigentlich genommen hat. Simulator ist doch egal, das mag... Ich weiß auch gar nicht, wieso hier Simulatoren so hoch gehandelt werden. Das war also mein Tag hier vom Release-Event von der Strohbergung für den Landwirtschafts- Das geht einfach nicht gut von der Zunge. Mit der Strohbergung... Lässt sich nicht leicht sein... Drück! In die Würstchenzentrale. In die Zentrale! Der Linger ist immer noch scheiße. Ja, wir... Das ist falsch. Ja... Es soll sich eine Person auf der Fahrbahn befinden. Das ist lebensgefährlich. Wagen 8, Wagen 8, wir übernehmen! Das ist gut! Das ist gut! Das ist ja so. Ja... Das ist nicht, wenn wir veureen. Vielen Dank.